Warum siehst du die Kiste so voll hier? Achso, du hast sie vorhin selber voll gesteckt oder das ganze? Vielleicht musst du ja schnell zu dir kommen. Ja. Warum nur? Ja, warum nur? Ich weiß nicht. Also die Steine lege ich, wenn ich den herstellen. Wo nicht? Ja, was war mal da? Bandages und simple Bandages, ok? Doch, ich hab noch Wasser, stimmt. Hier, Wasser und die Maschmatte. Wir müssen eigentlich noch von diesen Dingern was haben. Diese goldene Teile da. Blueberry Seeds. Ich hab's ja gehabt, Blueberry, aber ich brauche aber jedes Mal, warte mal, was hat er für den Kuchen da? Das ist mir schon wieder ein Interesse. Naja, Fleisch. Ich bin total am Aushungern, am Verhungern hier. Ich brauche immer Korn. Egal wie. Kannst nichts machen ohne. Es hat so eine Art Mehlersalz, schätze ich mal, dann. Wasser zu allem. Mhm. Natürlich, Blueberry ist auch da drin. Den Samen kann man da anpflanzen. Kaffeesamen hab ich auch hier. Penkelos tut es auch hin. Warum hast du eigentlich nicht den Tee genommen, der da unten drin war? Aus der Pfanne geholt, da. Wo ist denn? Na, da war gerade viel drin. Warte, ich hab rausgeholt und in die Box rechts gepackt. Achso, beim Kochen meinst? Achso, der hab ich... Ah, bevor ich los bin, hab ich da noch... Ja. Hab ich nicht mehr gewusst, dass ich den hab. Aber das Fleisch brauchen wir alles gar nicht kochen. Was mache ich denn nur, wenn wir... Haben wir eh noch genug. Wenn wir was spezielles haben, ja. Schnelles Korn da haben. Genau. Mann, schade, Schmerz nicht so. Sorry? Das sind ja die Frauen. Das sind ja die Frauen, ne? Jemand sagte mir, wenn man schmatzt, dann schmeckt's. Schmeckt's. Genau. Siehst du mal, du kennst das auch. Also... Jemand... Mit... Alt und Weisheit hat mir das gesagt hier. Ja, ich... nicht ganz so schlimm. Du schmatzt schlimmer. Sehr viel schlimmer. Oh, dann krieg ich was vom Haus. Guck mal, die kommen uns besuchen. Scheiße. Weißt du, wie du... Was... Was... Was despaunt? Was denn? Du hast was bei... In der Hand hältst du das so komisch für verschiedene Inventar. Und dann drückst du irgendwie... Äh... Es geht oder sowas. Dann wird das auch weg. Okay. Scheiße, das... Nein, das kann nicht sein, dass das... Fleisch wollte ich denn umlagern und dann... Ich esskippe direkt. Da hast du dann hyper-rate unterwegs. Echt? Auf jeden Fall kommen da eine Menge Leute an. Ah, die klopfen schon an die Tür. Das passt. Ups. Da liegt was. Da lag Fleisch auf dem Boden. 64... 24... Da braten wir das Fleisch. Lager das wieder ein. Irgendwie habt ihr extrem wenig Sachen für Tag 9. Ja, wir kennen ja das Spiel nicht. Für Tag 9? Ja. Okay. Wir... Sind ganz ganz... Neu im Spiel. Wir mussten uns zurechtführen, was wir machen mussten. Mussten die Rezepte lesen und lernen. Wir wussten gar nicht was wir hin. Also komplett Not Newbies halt. Was ist das? Hast du denn eine Pflanze gestellt? So eine Pflanze geklaut worden? Taschenvoller Pflanze, Tamia. Was hab ich? Wird Pflanze geklaut. Genau. Wir spielen das erste Mal überhaupt. Was? Also... Pflanzen wir an? Mh... Können wir machen, ja? Also ich hab hier noch ein bisschen Saat. Kartoffeln... Und zwei Malz. Hab ich noch im Angebot. Also ich hab zwei Blaubeeren und... Ach Kaffee. Ich lass mal das mal hier. Wie das funktioniert. Erstmal hier weghauen. Die Bäume. Oder erstmal wegsammeln. Alles bevor es... Ja. Und du musst von oben anfangen zu looten bei dem Mais. Sonst äh... Fälls runter. Ach so, ja. Hab ich grad festgestellt. Hab ich grad festgestellt. Ja. Oh ne, was anderes hier. Wir wussten lange... Ja, lange nicht wie wird's irgendwas herstellen. So eine Steinnachse haben wir auch gebraucht ewig. Ein paar Stunden neu. Wir werden keinen Plan gehabt haben von den ganzen Sachen. Deswegen... First time. Immer schwierig. Dann noch ein Tipp. Geht. Aus dem Dorf raus. Werde dir öfter angegriffen. Wurde eigentlich immer überall krass angegriffen. Ach so ne, falsche. Falsche. Angst hier da. Was du mit der Feuerwachs machen willst. Schau mal rein. Wir haben es erst hier so zu recht gefunden. Wir haben ja auch schon ein Pfeil angefangen zu bauen da unten. Ja. Wir haben ja schon... so ne kleine Höhle angefangen zu bauen. Da ist mir noch nichts drin. Da sollten wir dann irgendwann mal Gisten reinstellen. Und ein paar Waffen oder so. Pfeile oder irgendwas tun können. Ja. Vielleicht noch so ne Doppel und Dreifachtür. Mit Fallen dazwischen. Wir kommen dann raus, oder? Wir kommen raus, ja. Wenn die Fallen vor der Tür sind. Wir kommen raus, ja. Wir kommen raus, ja. Alter, was hast du hier gemacht? Ich hab... Saatgut angepflanzt. Krank. Vor allem hab ich Kaffeebohnen angepflanzt, aber nichts Kaffeemäßiges gelootet. Du hast den ganzen Riemenwald gepflanzt hier. Hey, Loui, Loui, Loui. Welcome to the Zornbärpacalypse. I know it's gonna be alright. Yay. Greetings to California, my friend. How are you doing? Was machst du da? Gerade klopfen? Ja, ich klopfe da nochmal drüber. Aufmischen die Erde. Also es bringt, glaub ich, eh nix. Die ist ja eh schon gelockert. Dann kann ich das pflanzen? Einfach rechts weg. Rechts und dann rechts weg. Aber nicht zu dicht pflanzen, sonst hebt sich der eine Samen vom anderen wieder auf. Also schön Abstand dazwischen. Geht aber nicht überall zusammen. Hier muss man gerade klopfen, geht auf den geraden Flächen. Das Viereck spawnt nicht so krass. Man spawnt das Viereck. Gar nicht. Da spawnt kein Viereck. Doch. Kannst du das einfach so reinhauen? Nee. Irgendwas braucht er mir. Es geht nicht. Achso. Ach, bei dem Fahnenkreis oder was meinst du? Mhm. Nee. Oh, do you die gags? Die Viereckzeige könnt ihr reparieren. Ja, durch irgendwelche Metastripes oder so, ne? Okay, Blaubeeren und Dinge. Was bräuchte ich noch? Was ist das? Was ist das? Weiß ich grad spontan gar nicht, aber ich hab hier noch ne Menge Mais jetzt auch angepflanzt. Ja? Echt? Das ist gut. Ja. Könnt ich den Nacken trocken das nächste Mal? Ahoren. Das werden die Bäume sein. Ahorenbaum kommt nur da für die Maus. Brauchen wir da nicht. Das kann sein, ja. Na süße Bäume. Nee. Ach Quats. Sind doch überall genug immer. Teach me how to sub-kill zombies. Ja, mit einem Kroosbo und einem Kroosbo-Bolt, mein Freund. Das ist der beste Weg in diesem Spiel. Für mich. Das sind Bäume. Okay. Auch ein bisschen Mais? Ganz viel Mais, ja. Dann kann ich nachher kochen. Und du möchtest Potatoes? Hast du auch? Ja, die Reihe oben, aber da hatten wir halt nur fünf Stück. Mann, jetzt mach die machen und dann sagen wir mal eine neue an. Mh, hm, hm. Mh, hm. Dann muss ich jetzt kochen gehen. Ein bisschen Platz ist noch. Könnte ich noch ein bisschen was machen? So, Crossbow. The Crossbow. The Crossbow. The Crossbow. I got it. Yeah, Kappa. So, dann werde ich mal einen Timer da einleiten. Ist das okay, oder? Komm. So. Achso, ich hab dich offiziell gefragt. Ja, klar. Ja. Ja. Du weißt, ich komm immer da irgendwie drauf. Du hörst mich hier aber auch so. Ja, komischerweise. Echt. Aber, aber immer schwierig wegen dem Kopfer dann doch auch gestimpt. Deine Stimme ist halt so schön, dass sie dann trotzdem gehört wird. Ähm, ja. Ist nicht ganz so schlimm. Alt F4. Hm, 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 hm. Ich stell mir trotzdem noch Pfeile hin. Her. Hin und her? Hin und her, ja. Hin und her. Ist nicht schwer. Oh Gott. Nur für das geht sie sehr. Schätzchen. Alles gut? Ja, ja, passt schon. Einfach mal durch die Straße Steine erstellen. Kann man ja mal machen. Hm? Ach, das kann ich doch nicht rausgeben. Das wollen wir dann nicht, oder? Oh Gott. So, dann werden wir uns langsam verabschieden. Es ist schon, ich sag mal, halb vier gleich. Und dann machen wir morgen weiter. Müssen wir mal schauen. Hier oder beim... Ich schätze mal hier. Oder wir schauen wegen Dead Rising 3. Aber es hat das hier so viel Spaß gemacht, dann werden wir dann noch entscheiden. Ob wir da einen Leitz mit aufkriegen werden, Dingsmonds wissen wir nicht, glaube ich weniger. Aber... Ein Zombie-Game auf jeden Fall. Ein Zombie-Game. Wo wir Metzeln, Schnetzeln, Ritzl, Schlitzeln werden und... Und dann Spaß haben. Ich hab sogar... Korn direkt schon. Mhm. Wieso hab ich sieben Korn hier? Na, das war doch auf dem Feld auch angebaut. Wahrscheinlich da. Ja, ich hab doch nichts geludert vom Feld. Die hab ich auf einmal... Hau rein, ihr beiden. Wir sehen uns. Bis dann. Alles klar, Gammo. Bye-bye. Und schlaf schön, träum süß dann alle. Schlaf schön, träum süß. Hab einen schönen Abend, schöne Nacht und wir sehen uns dann morgen. Geht auf jeden Fall weiter. Falls ihr wissen wollt, natürlich wann und wie und wo. Einfach Ausrufe zeichnen, Stream-Plan oder unter dem Link. Unter dem Link, unter dem Stream ist ein Link. Über Stream-Plan einfach draufklicken. Und dann findet ihr die Zeiten wann und wie wir wo online sind. Und was wir spielen. Schlaf schön, träum süß und... Bis später. Servus, fährt euch und macht's gut. Gags over now. Anseht dich meine Freunde. Anseht dich meine Freunde. Anseht dich meine Freunde. Schlange mit dir. Nennst du in die Teile. Anseht dich meine Freunde. Nennst du in die Teile. Schlaf schön, wer misst! język mit mir in der Nähe. Schlaf schön, wer mit dir! Schlaf schön, wer mit dir! Schlaf schön, wer mit dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay. 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 Okay.